Es wird heiß, Starship hat immer mehr seiner Testziele erreicht und ein Orbitalflugversuch scheint nun endlich unmittelbar bevorzustehen. Mit der Falcon 9 und der Wiederverwendung der Erststufenbooster hat SpaceX die Raumfahrt nachweislich für immer revolutioniert. Und während wenigstens einige Raketenbauer versuchen mit der Falcon 9 mitzuhalten, will das Starship die Wiederverwendung auf ein ganz neues Level heben. Die vollständige und schnelle Wiederverwendung setzt Elon Musk als Ziel für das Starship-Programm. Wir hatten uns letzte Woche angeschaut, auf welcher Route der erste Orbitalflugversuch des Starships langgehen soll und ob man ihn von Deutschland aus sehen kann. In dem Video heute klären wir, warum das mit der vollständigen Wiederverwendung so schwer ist, mit welchen Kniffen und Tricks SpaceX es aber schaffen möchte, was Mechazilla ist und wie er funktioniert und was SpaceX eigentlich macht, wenn das Konzept mit der vollständigen Wiederverwendung nicht aufgeht. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau unbedingt senkrecht Start abonnieren. Aber nun zum Thema der heutigen Episode. Die Idee, Raketen nicht als Einmalartikel auszulegen, sondern so zu betreiben, wie jedes andere Verkehrsmittel auch, ist so alt wie die Raumfahrt selbst. Klingt ja auch total abwegig, eine Riesenrakete, ein Riesengefährt nur zu bauen, um es schon nach dem ersten Flug wegzuwerfen. Und zwar schon nach wenigen Minuten eigentlich. Hier herrscht die Tyrannei der Raketengrundgleichung. Je schwerer eine Rakete ohne Treibstoff ist, umso schwieriger wird ein Flug in den Erdorbit. Wäre die Erde nur etwas kleiner, wie zum Beispiel der Mars, der nur etwa ein Drittel der Erdanziehung hat, ja dann hätte wohl wahrscheinlich schon Deutschland eine erfolgreiche Orbitalrakete gestartet. Fun Fact, wäre die Erde hingegen nur etwas massereicher, wäre Raumfahrt mit der heutigen Technologie gar nicht möglich. Und das ist im Prinzip auch der Grund für Wegwerfraketen. Der Aufwand für Raumfahrt ist so groß und die Anforderungen sind so komplex, unter denen es technisch gerade so möglich ist, dass es lange Zeit nur mit Wegwerfraketen überhaupt ging. Mit mehr Erfahrung und besserer Technologie wagte man sich dann auch an die Wiederverwendung. Das ist auch keine Erfindung von SpaceX. Space Shuttle, Energia Buran, Delta Clipper, New Shepard und viele, viele andere Raumfahrtsysteme mehr haben sich mit dem Problem auseinandergesetzt. Es gibt einige Stimmen, die sagen, weil die Wiederverwendung mit dem Space Shuttle so ineffizient war, das Space Shuttle hat ja kein einziges seiner Entwicklungsziele wie Kosteneinsparung, schnelle Startfolge oder Sicherheit erreicht, dass die ganze Branche bis zu SpaceX von der Wiederverwendung eigentlich nichts mehr hören wollte. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Wenn wir über wiederverwendbare Raketen sprechen, müssen wir das aktuelle Maß aller Dinge natürlich erwähnen, die Falcon 9. Mit ihr hat SpaceX die Wiederverwendung der ersten Stufe nach und nach perfektioniert und selbst heute, zwölf Jahre nach dem Erstflug der Falcon 9, wird das Gesamtsystem Falcon mit immer mehr Nutzlast und aggressiveren Flügen von SpaceX noch effizienter gemacht. Warum haben so viele Menschen mich eingeschlossen, die Aufnahmen von der ersten SpaceX-Landung für Fake gehalten? Ja, es war das surreale Bremsen nur kurz vor einem Einschlag. Und dann noch die Landung und zwar punktgenau. Warum die Falcon 9 so landet, wie sie landet und warum auch das Starship eine ähnlich aggressive Landung hinlegt, das kläre ich in einem eigenen Technik-Video, das verlinke ich dir unter dem Video. Zu den Einsparungen, hier müssen wir uns auf die Angaben von Gwyn Schoppel und Elon Musk verlassen. Im August 2020 twitterte Elon Musk, dass die Falcon 9 40% an potenzieller Nutzlast durch die Wiederverwendung verliert, während die Überholung und Wiederverwendung eines Falcon 9-Boosters nur 10% des Preises eines neuen Boosters ausmacht. Schon beim zweiten Flug eines Boosters hätte man das Geld für den Mehraufwand schon wieder drin. Und ab dem dritten Flug spart SpaceX dann bei jedem Flug richtig Geld. Auch für die Falcon 9 hat SpaceX ursprünglich die vollständige Wiederverwendung konzeptioniert. Das Zusatzgewicht für die zweite Stufe wäre aber so groß gewesen, dass es sich nicht gelohnt hätte und letztlich zur Aufgabe des Projekts bei SpaceX führt. Etwas, das die wenigsten Unternehmen hinbekommen, wenn etwas scheiße ist, auch mal Stopp sagen, egal wie viel Geld man schon reingesteckt hat. Mittlerweile hat SpaceX das erfolgreiche Boosterlanden bei Orbitalfliegen 170 Mal demonstriert. Und davon waren Stand Februar 2023 die letzten 95 direkt hintereinander erfolgreich. Es versteht sich davon selbst, dass SpaceX hier sehr viel Erfahrung und Unmengen an Daten haben muss, von denen dann der Starship Super Heavy Booster direkt profitiert. Und das bringt uns zum eigentlichen Thema des heutigen Videos. Während ich mir vorstellen kann, dass SpaceX durch seine Falcon 9-Erfahrung die Wiederverwendung des Boosters relativ schnell umsetzen wird, bin ich mir beim Starship selbst nicht ganz sicher, ob das so schnell funktioniert. Es gibt nicht wenige, die damit rechnen, dass das Starship niemals erfolgreich fliegen wird. Ich muss gestehen, ich bin da verblendet von der beeindruckenden Liste an Dingen, die SpaceX in den letzten 20 Jahren erreicht hat. Daher überspringen wir heute total unkritisch die Frage, ob das Starship tatsächlich in den Orbit fliegen wird und schauen uns stattdessen an, wie die schnelle, vollständige Wiederverwendung, englisch Rapid Fully Reusable, ablaufen soll. Das große Ziel beim Rapid Reuse, Starship und Booster sollen nur wenige Stunden nach dem Start und einer Rückkehr wieder starten können. Ohne große Reparaturen oder dem Austausch von Hardware. Ähnlich zu Verkehrsflugzeugen, die zwar regelmäßig gewartet werden müssen, die aber, wenn die Auslastung es zumindest erlaubt, möglichst permanent in der Luft sein sollen, weil sie nur dann Geld verdienen. Wer sich die Prozeduren vor einem Start einer Rakete einmal angesehen hat, der wird schnell feststellen, dass das Zusammensetzen und gemeinsame Testen der Rakete und eventuell ein Static Fire noch mehrere Tage benötigt. Der SpaceX-Konkurrent ULA spricht von elf Tagen bei der neuen Vulcan-Rakete. Bei SpaceX ist es bei einer wiederverwendeten Rakete zusätzlich zu den Prozeduren für eine neue Rakete auch die Zeit, die ein Booster von seiner Landestelle, ob an Land oder an See, wieder zur Inspektion und schließlich auf die Startrampe muss. Um diesen Prozess zu optimieren, tut SpaceX vielleicht das naheliegendste, wenn auch das Extremste. Was, wenn die Rakete nach dem Flug direkt auf der Startrampe landet? Nicht nur das, wenn sogar die Oberstufe zum Startplatz zurückkehrt und so gut wie direkt auf dem Booster landet. Für diese extreme Idee soll die Startinfrastruktur genutzt werden, um sowohl den Booster als auch der Starship nach einem Flug in der Luft zu fangen und direkt mit der neuen Integration zu beginnen. Völlig crazy. Das wäre dann das Sahnehäubchen der Starship-Entwicklung. Vorher sind aber noch einige Probleme für den eigentlichen Raketenstart zu lösen. Oder die aktuellen Konstruktionsansätze zumindest durch Tests zu bestätigen. Während man das abenteuerliche Landemanöver des Starships, der schon mit SN8, 9, 10, 11 und erfolgreich dann mit SN15 demonstriert hat, steht als eigentliche Feuertaufe der Re-Entry von orbitaler Geschwindigkeit aber noch aus. Die kritische Technologie hierfür, der Hitzeschild. Diese Technologie setzt auf einen keramischen Werkstoff auf Siliziumoxidbasis. Ja, der wurde von der NASA entwickelt. Wenn dich das Thema mehr interessiert, über den Starship-Hitzeschild habe ich ein eigenes Video gemacht, was zu den beliebtesten auf Senkrechtstarter zählt. Das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Nur so viel zu dem Thema. Wegen der Wiederverwindung soll der Hitzeschild natürlich nicht abwackeln wie bei der Dragon oder Soyuz, sondern den Temperaturen standhalten und über einen längeren Zeitraum die Geschwindigkeit abbluten, ohne das Material zu überlasten. Theoretisch, wenn das Material also den Wiedereintritt gut übersteht oder nur minimal verschleißt, könnte das Starship dann einen nächsten Flug antreten. Soweit die Theorie. Beim Space Shuttle entpuppte sich der Hitzeschild als extrem wartungsintensiv. Und auch die Außer-Dienst-Stellung nach dem Columbia-Unglück hatte seinen Grund im Hitzeschutzsystem. Gehen wir aber mal davon aus, dass der Flug und der Re-Entry klappen. Wie das Starship auf seinem Erstflug fliegen und im besten Fall wiederkehren soll, wie gesagt in der letzten Technik-Episode, verlinke ich unter dem Video. Jetzt aber zu Mechazilla. Okay, nochmal zum Mitschreiben, was SpaceX da vorhat. Mechazilla soll nach einem Start den rückkehrenden Booster in der Luft fangen. Das heißt, ein 79 Meter hoher Edelstahlkoloss von etwa 200 Tonnen wird mit Überschallgeschwindigkeit durch die Wolkendecke brettern. Es wird den, auch für die rückkehrenden Falcon 9 Booster, typischen doppelten Überschallknall geben. Und erst kurz vor dem Boden wird der Booster dann abbremsen und dann von dem 150 Meter hohen Mechazilla Start und Fangturm aufgefangen werden. Nach der erfolgreichen Landung setzt dieser riesige Roboter den Booster zurück auf den Starttisch, von dem er ja nur kurz vorher abgehoben ist. Nicht nur das, auch der Starship soll nach einer Rückkehr aus dem Orbit gefangen werden und nach seiner erfolgreichen Landung auf Mechazilla direkt wieder auf den Super Heavy Booster gesetzt werden. Sollte der Plan von SpaceX mit der schnellen, vollständigen Wiederverwendbarkeit aufgehen, wäre so nach dem Auftanken der gesamten Rakete immerhin der größten, schwersten und stärksten Rakete aller Zeiten in nur wenigen Stunden ein neuer Start möglich. Warum aber der Name Mechazilla? Die Elon Musk-Experten unter euch, die werden seine Vorliebe für die japanische Kultur vermutlich schon kennen. Ich persönlich würde heute einen Tweet aus dem Jahr 2018 als erstes Aufpoppen der Idee für Mechazilla interpretieren. Da twitterte Elon Musk, es ist Zeit, ein Mechazilla zu erschaffen. Und passenderweise steht seit spätestens April 2021 der Kosename für den Start- und Fangturm fest. Mechazilla, also ein Roboter in Form von Godzilla. Mit einiger Fantasie kann man auch die Silhouette von Godzilla erkennen. Im Startturm seinen Kopf, in dem sich die Umlenkrolle für die Chopsticks befinden und den Chopsticks dann die Arme. Dass Mechazilla später mal landende Raketen in der Luft fangen soll, müssen wir seit dem 30. August 2021. Da twitterte Elon Musk, SpaceX werde das größte fliegende Objekt aller Zeiten mit einem Roboterstäbchen fangen. Er fügte einen Ausschnitt aus dem Film Karate Kid von 1984 an, mit dem Mr. Miyagi versucht, eine Fliege mit Essstäbchen zu fangen. Und da Essstäbchen auf Englisch Chopsticks heißen, tragen die Roboter-Fangarme von Mechazilla nun eben den Namen Chopsticks. Seit einem weiteren Tweet von Elon Musk vom Frühjahr 2022 wissen wir ziemlich genau, wie sich SpaceX zumindest bis zu diesem Zeitpunkt eine Landung vorgestellt hat. Elon Musk postete auf Twitter einen 24-Sekunden-Clip, ein kleines Video, das die Simulation eines landenden Boosters auf den Chopsticks mit Geschwindigkeit und Beschleunigung zeigt. Jetzt stellt sich natürlich schon irgendwie die Frage, warum man so einen Aufwand betreibt und so ein riskantes Manöver direkt an der teuren Startinfrastruktur durchführt. Ja, wenn etwas schief läuft, geht nicht nur der Schaden in die Millionen, sondern man gerät auch in Gefahr, seine Starts für Reparaturen komplett aussetzen zu müssen. Dass der Mechazilla-Startturm mit seinen Chopsticks hervorragend als Integrationsturm taugt, um dann den Booster wieder auf den Starttisch stellen zu können, das könnt ihr hervorragend auf der Animation von Ryan Hansen sehen. Und falls euch der Startturm und der Starttisch bekannt vorkommen, die hat Uhr zu der Animation beigesteuert. Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Hashtag Team Space. Aber zur Frage, ob man den Aufwand mit dem Fang betreiben sollte. Am naheliegendsten, man spart sich natürlich die Landebeine. Nicht nur wegen der Obsession von Elon Musk, best part is no part, also kein Teil ist das beste Teil, ist eine gute Idee, sondern natürlich auch dann, wenn es um Gewichtssparen geht. Hier spielt eine besonders wichtige Rolle, dass ich ja auch für mögliche etwas härtere Landungen planen muss. Während mich das Mehr an Gewicht durch Sicherheitsfaktoren in einer Rakete extrem ärgert, ist es in der Startinfrastruktur nahezu egal, wie viel Stahl ich da extra einbaue. Ja, und warum mir jetzt das Ganze? Wir hatten uns die Ökonomie von Falcon 9 ja anfangs angeschaut. Mit dem Starship reden wir von vollkommen anderen Größenordnungen bei den Nutzlastkosten in den Orbit. Die Kosten pro Start sollen nach einem erfolgreichen Start des Starships innerhalb weniger Jahre auf unter 10 Millionen Dollar pro Flug sinken. Das wäre für jede Orbital-Rakete ein absurd niedriger Wert. Nur einige Wegwerf-Micro-Launcher wären bei den gesamten Startkosten mit vielleicht 5 Millionen Dollar pro Flug einen Tick günstiger. Aber die befördern eben nur einige hundert Kilogramm. Das Starship über 100 Tonnen. Also selbst dann, wenn der avisierte Preis von SpaceX um den Faktor 10 verfehlt wird, wäre man mit einer Million Dollar pro Tonne immer noch sehr, sehr günstig. Sollte dieser Preis tatsächlich realisiert werden, könnte eine Menge an etablierten Startanbietern aussterben wie die Dinosaurier. Das setzt natürlich voraus, dass man das Starship mit Nutzlast auch immer voll bekommt. Aber da hat sich SpaceX ja sehr erfinderisch gezeigt, indem es mit Starlink seinen eigenen Bedarf geschaffen hat. Aber selbst wenn das Starship vielleicht mal wirtschaftlich betrieben werden kann, muss auch SpaceX erstmal seine Entwicklungskosten wieder reinbekommen. Wir wissen nicht, wie viel die gesamte Starship-Entwicklung gekostet hat, aber Branchen-Insider sprechen von grob einer Milliarde Dollar, die von SpaceX jedes Jahr in die Starbase in Boca Chica fließen. Das Starship-Programm ist allerdings jetzt schon viel größer als nur Boca Chica in Texas. Zurück zur Wiederverwendung. Beim Booster mache ich mir wenig Sorgen, dass SpaceX das relativ schnell hinbekommen wird, weil es hier einfach eine unglaubliche Erfahrung mit dem Falcon-Booster bei SpaceX gibt. Das Starship mit seinem Hitzeschild und von mörderischen 28.000 Kilometern pro Stunde auf Null zu bekommen, ist dann eine andere Geschichte. Mein Video über das Hitzeschild-Video des Starships, wie gesagt, verlinke ich dir unter dem Video. Vielen Dank an Matt Katscher für das Bild und vor allem den geilen Sound der Falcon 9-Landung. Weiter möchte ich mich bei Nick Henning und Ryan Hansen bedanken, dass ich ihre Animationen benutzen durfte. Ein großes Dankeschön geht ebenso an meine Schutzengel, die Sinkreich-Staate durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen Dank, Hashtag Team Space. Piu-piu-piu-piu-piu-piu, nimm das Rebellen-Abschaum. Oh, Kamera angelassen. Ja, wenn du mir helfen möchtest, über die Galaxie zu herrschen, äh, ich meine, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zum Sinkreich-Starter-Patreon oder zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Ohne euch würde es Sinkreich-Starter so nicht geben. Bevor es in die Verabschiedung geht, noch eine extra Portion Optimismus. Ich stecke nicht im Starship-Programm drin. Und ich verfüge auch nicht über die Expertise, um einzuschätzen, wie schwierig das mit der vollständigen Wiederverwendung ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es unglaublich schwierig ist. Sonst hätte es ja schon jemand gemacht. Ob ich mir vorstellen kann, dass SpaceX das hinbekommt? Ja. Ich bin mir sicher, dass das Starship-Programm früher oder später das Projektziel seiner vollständigen Wiederverwendbaren Rakete erreicht. Und dann sind wir da, wo wir Raumfahrt-Fans hinwollen. Nutzlastpreise in den Orbit, die der Menschheit endlich ermöglichen können, den blauen Planeten dauerhaft zu verlassen. Weltraumstädte, Mars-Kolonien, Ressourcenabbau im Asteroidengürtel, Tauch-Expeditionen in den Meeren von Eismonden und vieles, vieles mehr. Also ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment, ob mit Starship oder anderen epochalen Raketen. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön zinkreich bleiben. Dein Mo. Dein Mo.